Willkommen zurück zu Altes Live auf unserem Server. Diesmal wieder als Polizisten, gerade im Hunter mit dem Strese zusammen. Wir fahren gerade, wo fahren wir hin? Zum Außenposten, gell? Kontrollpunkt. Wir haben gerade irgendwie eine Nachricht bekommen, dass irgendwelche Rebellen hätten gesetzt oder so. Gucken wir, was da los ist. Alter, du nimmst auf, wenn ich am Essen bin. Jo. Hör auf zu essen. Alltage aus Advent, das gehört dazu. Oh, voll. Ah, 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 ah. Jetzt sagt er, er ist nicht so voll. Überbrauchen. Ah, voll. Oh, no, no, ah, ah. Böse schmatzen, der Eier. Alter, alles noch. Dreier schmatzen. Klatschen, nö. Nee, schmatzen, u. Flaschenklauen, er has empounded Flaschenklauen zwanzig. Jetzt schon was wegen dem Kavala-Kontrollpunkt drauf? Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind noch auf dem Weg. Ja, aber ich bin gerade, ich bin gerade am Schrei, äh, am verhandeln mit denen. Ist spannend. Sollen wir uns nicht nähern, oder? Hallo? Äh, mach mal Sirene aus, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ja. Checken, was da los ist. Ich seh grad nix. Ja, lass mal hier anhalten, oder? Wir laufen halt. Ähm, Leute. Die wollen 200 Donuts ohne Polizisten-Uniform. 200, was? 200 Donuts sind okay, aber die Polizisten-Uniform nicht. Alles klar, sag ich denen. Wir verhandeln mit denen, vielleicht auch mit 150 Donuts. Versuch's, ne? Rollplay, mein Lieber. Rollplay. Ja, das ist die Sport-Nummer-Sine hier. Halt den mal an, ne? Gib dem kein Mann ein Ticket wegen Behinderung von Polizeiarbeit. Da hinten läuft ja mal einer. Bisschen Kavala. Da hinten ist... Ich hab da schon Leute gesehen eben. Was machst du denn jetzt? Läufst du da direkt hin, oder was? Ja. Ich schleich mich da an, Alter. Ja. Wollen wir da noch nach Kavala, oder was? Ja. Sollten wir die Abstand halten. Hier, Freundchen, kannst du mal aussteigen? Polizei. Einmal bitte Motor ausmachen. So. Dankeschön. So, was waren eben die Huperei da vorne? Die haben keine Chance. Wir wissen schon, dass das Lärmbelästigung ist. Äh, was bitte nochmal? Ich hab die nicht verstanden. Die Huperei eben da an der Tankstelle? Ja. Ja, was sollte das? Donut. Einfach nur Donut. Keine Ahnung. Ich hab grad Lust, meine linke Maße zu wäschen. Das ist Lärmbelästigung. Wollen die nur Donut? Stellen Sie vor, Sie sind hier in irgendeinem Haus, schläft ein kleines Mädchen. Es muss morgen ne Klausur schreiben und sie hupen da rum. Es kann sich nicht konzentrieren beim Lernen. Was machen sie dann? Wenn das kleine Mädchen ihre Zukunft Fassout kriegt, weil sie jetzt ne Sex schreibt? Oh ja, dann hab ich natürlich Schuldgefühle. Ja, das verstehen Sie, wie ich das mein. Dann bleibt Sie bei den Donuts. Dann nehmen Sie bitte die Waffe an. Das ist nix, mal die Hupe bitte nur benutzen, wenn es auch ein Notfall ist. Ich werde das nochmal besprechen, dann sage ich Ihnen sofort Bescheid. Also nur als Signal. Okay, vielen Dank. Ähm, die wollen jetzt nur die 200 Donuts. Dürfte ich dann einmal gucken, ob das auch ihr Fahrzeug ist? Was machen wir denn, geben wir denen die Donuts oder beschlanken wir jetzt die Leute? Die Besitzer... Können die einfach tasern. Ähm, Leute, sie wollen jetzt nur die 200 Donuts. Ja, wollen wir ihnen die geben oder wollen wir die einfach festnehmen? Können ja eingreifen, wir sind ja genug Leute vor Ort. Keine Ahnung, also... Also, wir wären auch schon mit 10 Donuts zufrieden, also... Das sind 10. Völlig geil. Was fordert auf 10, auch nicht schlecht. Okay, alles in Ordnung. Ich mach Ihnen eben... Ja komm, dann gib Ihnen 10 Donuts, dann passt das. Sie dürfen den Kontrollpunkt mal eben umfahren. Weil wir da kurz was klären müssen. Okay, danke. Ach, da der am blauen Franz. Ah, mal stehen bleiben bitte. Snowfighter, Bill und äh, ich fliegen jetzt noch Kamala. Können wir mal aussteigen? Wo oben. Guten Tag. Jo. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich... Ich hab das gerade nur ein bisschen beobachtet hier mit den Leuten. Ja, wollen wir eingreifen oder wollen wir die nicht kurz geben? Okay. Wäre es dann für Sie in Ordnung, wenn ich einmal nachsehe, ob das Ihr Fahrzeug ist? Ja. Okay, dankeschön. Ja, weiß ich nicht. Dann frag mal die. Ähm, lass uns die festnehmen einfach, oder? Es sind genug Leute hier. Okay, alles in Ordnung. Bye. Ähm, ich hab sie runtergehandelt auf nur 180 Donuts. Ist das in Ordnung? Mit V befreien? Ich würde sagen, das ist... Oh, er hat die Verbindung verloren. Oh, ne? Sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, ich stand gerade, verliert Verbindung. Alles klar, Sie können dann weiterfahren. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Ja, läuft doch, ne? Okay. Was ist da jetzt los hier? Ja, wir sind jetzt hier, ich bin direkt vorne. Ich weiß nicht, wollen wir die festnehmen oder wollen wir die Donuts geben? Ja, wie viele sind denn das? Ja, also ich zieh zwei... Ja, nimm sie fest. Das ist das Problem. Besteht schon der Polizei, was ist da los? Hau sie alle um. Ja, ne? Wo sind die denn? Hier oben. Einer ist hier oben, bei mir. Na, mein Freund. Können Sie mal die Waffe runternehmen? Voll, lol. Was will er? Boah, der hat mich abgeknallt. Einen hab ich getasert. Da hintere Wand ist noch einer. Toll, alter. Ja, was machst du denn auch? Du hast gesagt festnehmen. Ja, nicht so. Du musst halt mal sagen. Nicht einfach losballern, alter. Wir werden das mal irgendwie... richtig vorbereiten müssen. Faktisch vorgeht. Boah, wie behindert war das denn jetzt? Seid ihr beide tot? Ja. Streser, dann haben wir anfangen rumzuschießen. Und dann ist er drei Stunden tot, sagt mir erst dann zwei Sekunden später, dass da noch einer steht da. Welchen Kontrollpunkt waren die denn? Ja, die hintere Wand hab ich gar nicht gesehen. Wo sind die denn? 3, 0, 8, 3, 2, 5, 0. Einmal. Kavala Kontrollpunkt, ich fahr mal hin. Guck mal was er sagt. Streser hat zwar kackt. Echt mal Marcel. Einmal. Streser hat zwar kackt. Mann Marcel. 3, 2, 5, 0. Händen die locker festlegen können. Bill, Luke, Vene und ich sind unterwegs. Weiß der eine war ja schon gethasert. Das ist nur... Ich mach mich auch auf den Weg. Ja, da kam eine hintere Wand her, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, Tess hat was sagen sollen. Na komm, wir tasern die jetzt. Dann wär ich da auch in den Raum reingegangen. Und dann hätten wir beide beide gezogen. Ich bin nicht gestorben. Ich bin gerade erst umgekommen. Achso. Achso. Ja dann komm. Los. Go, go. Manometer. Kleiner Peter. Ja ne. Das geht aber nicht. Das kannst du nicht sagen. Ja und jetzt habt ihr die 10 Minuten Regel. Ja und wir können ja was anderes machen. Ja. Ja ich fahr da mal hin. Mit Snowfighter und so. Ja ja mach mal. Busst mich eben neu aus. Oh mein dickes Sniper liegt da ey. Du musst aufpassen, mein dickes Sniper liegt da. Ich bin gerade ein. Ja super, das hat ein dickes Sniper. Aber das fällt denen jetzt auch erst nach 2 Stunden ein. Warte ich sag dir mal bescheid. Aufpassen, die haben das Snipergewehr von Strese. Ja. Mein dickes Sniper. Hatte Strese nen Nightstalker? Was hatte ich? Ob du Nightstalker hattest, das Visier. Nein. Okay, ich geh mal am Marktplatz. Äh, habe ich dir erlaubt ne Schaft zu schießen? Ja. Ich kümmere dich am, äh, ich kümmere mich um den am Marktplatz. Aber lieber Taysan wenns geht. Einfach. Einfach draufballern oder? Ja ja, hast du nicht einfach draufgeballert, sondern... Sondern hätten wir die festgenommen. Dann hab ich ja getäselt. Auf einmal keine andere hintere Wand hergespürt. Ja du hast doch gesagt, das sind zwei. Ja. Zwei. Einer war unten und einer war oben. Also waren sie zu dritt aber. Und den dritten hab ich halt nicht gesehen, weil er sich hintere Wand versteckt hat. Na komm. Freude da. Auf einmal kam der dahinter hergespürt. Ich dachte du kriegst den ja noch, aber du hast ja auch schlecht reagiert. Ja, aber schlecht reagier. Du fängst auf einmal anfangen an rumzuballern, ey. Ja, immer, immer bereit sein. Ernst. Ach, weck, ey, der ist mir so ernst. Ja echt. Ich bin grad noch so'n bissl, bissl, bissl gereizt. Ach. Von allen, jeden. Wegen Strese ist inkompetent. Ja. Oh Chris. Erstens. Wir sind in zwei, 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 zwei. So ein paar Leute hier. Wir sind so klein. Auch so'n Fläche für den Autofahrt. Kommst du ja. Wir rennen auf die Straße, aber wir werden nicht grad überfahren müssen einfach einfach. Auf Gegenschlag gehen. Hier sind wir auf Pullen, ja ein Pullen. Bin sofort da. So, ich hab komplett'n Spot auf das Gewirr, äh auf das Ding. Das sind zwei Leute, sehe ich. Soweit ich weiß, sind es doch nur zwei. Nein. Ich sehe ein... Officer! Officer! Der eine ist im Haus, der andere steht aufm Haus. Ähm, guten Tag. Sie mit der PDW, können Sie bitte Ihre Waffe in den Rucksack stecken? Äh, aber die Wuppe schon zweimal geklaut. Ich halte die schon runter. Bitte in den Rucksack. Sie bitte, kommen Sie mal bitte kurz mit. Äh, wir hoch, ich bin aber kurz weg. So. Dankeschön. Danke. Ähm, Officer. Hallo. Ja. Officer, hi, SKK. Ähm, der GSG, ich weiß jetzt nicht welcher, ich hab' den erschossen hier vorne. Der hat auf mich geschossen, da hab' die ganze Zeit dann auf die... Dann auf die News-Con hier geschossen. Ähm, dann auf die News-Con hier geschossen. Da hab' ich ihn halt erschossen, bevor er mich abknallt, weil ich ziemlich viel Geld dabei hatte. Name? Ähm, können Sie ja kurz... kurz gucken, ich hab' ja irgendeinen vom GSG abgeklagt. Hallo, guten Tag. Könnten Sie bitte Ihre Waffe weglegen? Also in den Rucksack stecken, danke. Äh, ja, ich hab' keinen Rucksack dabei. Sorry. Nee. Dann kaufen Sie sich bitte ein, das ist verboten. Ich hab' natürlich meine Waffen-Lizenz jetzt verloren dadurch, aber ich hab' halt nur uns, beziehungsweise sie alle schützen wollen, weil der halt die News-Bots abknallen wollte, wenn Sie verstehen. Und das ist so'n bisschen assi-Verhalten von dem. Ja, wenn's nixemal so was ist, dass hier jemand den Kavala rumschießt, dann merken Sie sich bitte den Namen und sagen uns das gleich. Ja bitte, er hat mich gejagt, er hat mich auf 5% Leben untergeschossen, ne? Wicked? Ja, trotzdem dann bitte den Namen merken, irgendwie. Er hat mich getötet, bitte. Er hat mich getötet. Ja, und wie soll ich das machen, wenn ich kein Geld... Ja, jetzt kann ich jetzt nicht nachgucken, wer ist er getötetet? Ja, können Sie mir dann eine Straf von 1 Dollar geben, damit ich nicht von der One-Seite kommen? Das ist ja echt nur Notwehr gewesen. Der rennt hier rum, knallt alle ab. PPS-Fame-Lol, oder was? PPS-Fame-Lol, oder was? PPS-Fame-Lol, oder was? PPS-Fame-Lol, ich geb ihm das Geld und dann kann er sich einen Rucksack kaufen. Wie bitte? War das PPS-Fame-Lol? Er gibt mir grad Geld für... Ich verstehe grad nix, es gab sich hier so viele Leute. Kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Wenn, dann bist du... War das der PPS-Fame-Lol? Bitte was? Ob das der PPS-Fame-Lol war? Moment, PS war ein bisschen zu laut. Jetzt nochmal wer? Ob das der PPS-Fame-Lol war, der geschossen hat? Ach so, weiß ich es nicht. Ich weiß nur, Clantec war GSG und irgendeiner von den GSG hat mich vor ein paar Tagen schon mal hier ausgeraubt gehabt. Und ich bin hier grad neu gespawnt und der hat schon auf mich losgeballert. Dann hab ich gesehen, wie er einen anderen abgeschossen hatte. Und da hab ich halt die Waffe genommen aus meinem Rucksack raus, hab mich im Busch erstmal versteckt, hab mir ein Medikit gegeben, damit ich auf 75 bin und hab den halt schnell weggeschossen mit meiner PDW. Hab jetzt natürlich meine Waffenlizenz verloren. Wollte halt vermeiden, dass er hier noch mehr New Spawns abknallt, weil ich das ziemlich low finde von dem, dass er hier auf New Spawns schießt. Das ist so ein richtiges kindisches Verhalten, wenn sie verstehen. Ja. Ja, wie gesagt, ich kann halt jetzt nicht viel machen. Also sie sind auf jeden Fall von der Follungsliste runter. Ähm, wenn... Dankeschön. Wenn's nix mehr so was ist, den Namen bitte klein melden. Ja, ich hab ja geschrieben gehabt, euch... Aber ich hab halt nen Namen nicht geschrieben. Ja, wir haben nur Schüsse halt geschrieben, das war halt das Problem. So, ja, wenn der Name bekannt ist, einfach den Namen schreib ich. Ich mein, wenn er jemanden tötert, dann sieht man es ja. Ja, ja, ja. Okay. Hi, Fanatics. Grüße an die anderen SKK-Leute. Ihr habt mir mal gut geholfen. Und wenn sie jetzt... Wenn sie jetzt keine... Haben sie jetzt noch ne Waffe dabei, oder? Weiß jemanden, wo die Personen stehen? In meinem Rucksack ist ne PDW. Ja, ich hab die einen. Dann kaufen sie sich bitte jetzt ne Lizenz. Einen weiß ich, wo der ist. Ich lauf grad zu ihm. Ja, mach ich sofort. Ich muss halt zum Konto und alles rum. Ähm... Ja, es ist alles zentral, ja. Wenn ihr jemanden anleset... Äh, Philipp, ist es bei... Ich war mein Kopf auf dem anderen Server. Ist es bei euch so, wenn ihr jemanden anlesert, dass er wieder voller Leben hat? Ja. Weil ich wäre sehr nett von ihnen, wenn wir das machen würden. Kann aber... Kann passieren, dass sie halt sterben. Ich komm runtergefahren. Aber ich kann's... Ja, auf dem Fuß schießen. Hat jemand den Granik getötet? Einen Moment. Ne, auf dem Fuß tötet auch manchmal. Wenn auf dem Bauch. Ja, ich mach mal. Okay. Also 75% hab ich. Ich dürfe nicht sterben. Granik lebt noch. Achtung. Bill hat Granik getötet. Bill hat Granik getötet. Ja, okay. Alles okay, alles okay. Das ist ein ganz müder Mann. Braucht ihr Hilfe am Marktplatz in Kavala? Marktplatz ist alles okay. So, ich hol mir jetzt schnell eine Bank. Danke. Alles klar. Alles klar. Danke schön. Ich muss mal einen Backenschein holen. Eieiei. Alles klar. Kann der Hunter hier mitnehmen? Upshot? Jo, kein Problem. Teil. Granik schreibt gleich grad zu mir. Solche kompetenten Bull. Polizisten gibt's. Braucht man auf jeden Server. Los. Stopp, stopp, stopp. Hunter. Abstopp, könnt ihr mich mitnehmen. Achso, ja klar. Warte. Mann, oh mehr da. Out of ammo. Alle drin. Ah, wen muss ich denn jetzt abholen? Den da hinten, oder was? Ja, und hier mich nochmal. Das Auto gehört nicht mir. Hey Philipp. Jo. Steig jetzt bitte ein, dann. Schau mal deine Magazine nach. Ich würde empounden hier die Fahrzeuge. Jo, ich geh. Scheiß Assi ey. Weiß schon, aus dessen Gefängnis kommt. Können wir noch ein Heli abholen? Äh, empounden. Oben auf dem Berg. Okay. Ja, alle drinne? Ja. Wo genau steht der? Habt ihr die Serverregeln eigentlich schon weitergemacht? Oh, ja. Ähm. Ja, ja, ja. Willst du die Clash rauf machen, dann? Ja, hast du schon fertig. Ja, so ziemlich gemachtes Ding, ja. Da hat mal zu zweit keine Chance mehr da. Das geht dann nur halt nochmal hochladen. Oh. Okay, dann höre ich jetzt mal auf, aufzunehmen.